Nikola Tesla, der Geist Gottes ist nicht das, was Sie denken. Tesla, Genie oder Wahnsinniger? Vielleicht musst du sogar wahnsinnig sein, um ein Genie zu werden. Hm, wer das Einmaleins der Schöpfung beherrscht, konnte nach Ansicht Teslas alles Wissen des Universums herunterladen. Basiert das All auf Zahlen? Safe. Ich sage, die Sprache Gottes ist Mathematik. Schulbücher und Meinungen der Wissenschaftler ansieht, muss zu dem Schluss kommen, dass sich insbesondere die Naturwissenschaft noch mit Händen und Füßen gegen Begriffe wie Gott, Matrix oder eine höhere Ordnung währt. Warum wohl? Weil sie uns drin behalten wollen in der Matrix, meine lieben Freunde. Ist Gott eine Zahl? Ja, so kann man es jetzt nicht ausdrücken. Gott ist alles. Jede Zahl hat eine bestimmte Schwingung und drückt eine Energie oder eine Kraft jenseits aller Form oder Materie aus. Diese drei Zahlen stammen eigentlich aus einer anderen, höheren Dimension, die allen anderen, insbesondere der Welt der materiellen Erscheinungen, ihre göttliche Dynamik verleihen. Das ist krass. Sex sagt, wir sind out of control. Sommernacht, heute am Block und wir hustlen uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich paff, macht mich wieder zu stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus von mir und der ganzen Love Gang. Ihr seht es oben in der Ecke. Wir sind mal wieder da auf Twitch. Gerne vorbeikommen. Link unten in der Beschreibung. Ich liebe euch alle. Lasst dem Video gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentarchen, denn wir gehen jetzt in den ersten Peter rein, welcher heißt Nikola Tesla. Der Geist Gottes ist nicht das, was sie denken. Miese Recherche, meine lieben Freunde. Endlich mal wieder ein Video über Nikola Tesla. Fühle ich komplett. Und ja, man, ich habe Bock. Ich hoffe, ihr auch. Wir gehen rein in den Peter. Let's go. Let's go. Don't ever play yourself. Don't ever play yourself, man. Dreimal drei macht sechs und ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. So oder so ähnlich lehrten uns Pipi Langstrumpf und Astrid Lindgren das Universum der kleine Affenmann wilden möglichen Unmöglichkeiten. Denkst du dir jetzt, was hat das bitte mit dem Elektrizitätsgenie Nikola Tesla und seiner Zahlenbesessenheit zu tun? Jo, so ein bisschen. Dann bleib dran, denn du wirst gleich staunen. Tesla. Genie oder Wahnsinniger? Genie und Wahnsinn liegt nah beieinander, mein Jutz da. Meiner Meinung nach eher Genie als Wahnsinnig. Nikola Tesla war ein Genie. Vielleicht musst du sogar Wahnsinnig sein, um ein Genie zu werden. Hm. Falls aus Sicht der heutigen technischen Wissenschaft, andere waren der Meinung, Tesla sei ein Wahnsinniger gewesen. Zu letzteren zählten insbesondere Zeitzeugen, die den sonderbaren Mann mit serbischer Abstammung persönlich kannten oder zu Lebzeiten von seinen zahlreichen Macken mitbekamen. Neben einer strengen Ernährung, Arbeit rund um die Uhr und Gesprächen mit Geistern, war Tesla von einer besonderen Zahlenmanie getrieben. Tesla stieg niemals in einem Hotelzimmer ab, dessen Nummer sich nicht durch drei teilen ließ und gestaltete so ein Leben nach einem ganz bestimmten Rhythmus, der auf den Zahlen 369 basierte. Die 369-Methode, dazu könnten wir uns auch nochmal ein Video reinziehen. So lautete nach Tesla der einfache Einstieg in die Welt Gottes, der Schöpfung und der Matrix. Wer das 1x1 der Schöpfung beherrscht, konnte nach Ansicht Teslas alles Wissen des Universums herunterladen. Wieso Tesla trotz seines Geheimwissens ein Leben lang ein materiell erfolgloser Mann blieb und Pippi Langstrumpf am Ende mit ihrem schrägen 1x1 auch irgendwie Recht gehabt haben könnte, schauen wir uns jetzt an. Basiert das All auf Zahlen? Safe. Ich sage die Sprache Gottes ist Mathematik. Leben wir in einem Chaos, einer Ansammlung purer Zufälle? Numerologie ist überall. Oder sind wir Teil einer harmonischen Schöpfung, die auf Zahlenmustern und einer göttlichen Matrix basiert? Wer sich die herkömmlichen Schulbücher und Meinungen der Wissenschaftler ansieht, muss zu dem Schluss kommen, dass sich insbesondere die Naturwissenschaft noch mit Händen und Füßen gegen Begriffe wie Gott, Matrix oder eine höhere Ordnung währt. Warum wohl? Weil sie uns drin behalten wollen in der Matrix, meine lieben Freunde. So. Für die Gelehrten ist die Schöpfung ein Zufall, der aus kosmischen Ereignissen her... Zufall, Diggi. Du bist Wissenschaftler und sagst, es ist Zufall, oder was? Geht doch gar nicht. Nichts ist Zufall. Zufall gibt's nicht. ...ging, deren zugrunde liegenden Mechanismen bis heute niemand verstanden hat. Selbst der geniale Einstein konnte lediglich die Welt der großen Erscheinungen, deren Bewegungen und Relationen untereinander beschreiben. Doch wo das alles herstammt, wer oder was das verursacht hat und ob unser All von einer allesformenden Intelligenz durchwaltet ist, wusste auch er nicht. Doch Einstein ahnte es. Er sagte, Gott würfelt nicht und bezog sich damit auf den unsicheren Stand der Physik der kleinsten Teilchen und gleichzeitig drückte er damit aus, dass hinter all der Perfektion und Schönheit eine beschreibbare Absicht stecken musste. Wir wollen Wissenschaftler den Ursprung der Schöpfung erklären, indem sie in die subatomaren Bereiche schauen und das Verhalten kleinster Teilchen studieren. Hier gibt es eine Grenze, die Einstein gewaltig aufstieß. An der Grenze der Heisenbergschen Unschärferelation hört nämlich alle Messbarkeit des Universums und der Materie auf. Hier beginnt die Welt der Matrix und dort gelten ganz andere Regeln als die, die unsere Naturwissenschaft bisher formulieren konnte. Hier beginnt die Welt der Mystik und die Welt der göttlichen Dimensionen. Auch Quantenphysik. Zu denen wir Menschen laut Nikola Tesla einen einfachen Zugang haben, nämlich Zahlen und Frequenzen. Ist Gott eine Zahl? Ja, so kann man es jetzt nicht ausdrücken. Gott ist alles. Ist sicher nicht nur eine Zahl oder Frequenz, doch es wäre denkbar, dass Zahlen und Frequenzen die Sprache der Schöpfung sind. So, Dicker. Genauso wie ich es gesagt habe. Bestimmte Zahlen den heißen Draht zur Schöpfung darstellen. Schon im Altertum sprachen Menschen wie Heraklit, Platon und Hermes Trismegistus von einer Sphärenschöpfung. Eine Harmonie, die auf Zahlen, Klang und bestimmten Formen aufbaut. Für die Wissenschaft des Altertums gehörten Musik, Astronomie und Mathematik zusammen. Die Tonleiter ist nichts anderes als Mathematik. Die Astronomie, ein Ausdruck der kunstvollen Schönheit des Alls und selbst in der Mechanik sah einer der größten Erfinder aller Zeiten, Leonardo da Vinci, einen göttlichen Ausdruck der Natur. Die Ideen für seine Antriebstechnologien und utopischen Kriegsmaschinen nahm das mittelalterliche Genie aus der Natur. Das ist ja das Krasse. Fast alle Technik, die wir heutzutage hier sehen und die Dinge, die wir als Menschen erfunden haben, basieren auf Ideen aus der Natur. Weißt du, wie ich meine? Die Natur beobachten, das haben die Leute damals gemacht, um diese Erfindungen zu bringen, die sie gebracht haben. Weißt du, kommt alles aus der Natur. Und das ist halt schon, das zeigt dir schon wieder, dass die Natur auch so wichtig eigentlich für uns Menschen ist und dass es echt schade ist, wie disconnected wir mittlerweile von unserer Natur sind. Dass wir gar nicht mehr viel Zeit in der Natur verbringen oder auch irgendwie, ja, keine Ahnung, die Natur zu schätzen wissen und gut behandeln. Hatte Ströme, weil wir kommen aus der Natur eigentlich, weißt du, haben wir aber leider vergessen so ein bisschen. Fast 500 Jahre später, sagte ein Mann, der heute als der eigentliche Erfinder der Glühbirne, des Radios und des Fernsehers gilt, willst du die Geheimnisse des Universums erkunden, musst du in den Dimensionen Schwingung, Frequenz und Vibration denken. Nikola Tesla war der Überzeugung, dass der Schlüssel... Geil, Digga, wenn ich diese Formeln sehe, dann habe ich wieder Bock auf Mathematik, sage ich dir ehrlich. ...dazu die magische Zahlenkombination 3, 6, 9 ist. Zahlen sind überall. Streamsniper sagt, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal im Wald spazieren war. Schade, Bro. Vielleicht solltest du dich jetzt hier darauf aufmerksam machen, dass du mal morgen oder jetzt noch ein bisschen in den Wald gehst, Bro. Wird dir nicht wehtun, wird dir eher guttun. Küsst deine Seele. Und auch ein guter Hinweis an alle Leute ist so, geht auch mal gerne irgendwo auf eine Wiese oder so und lauft mal ein bisschen barfuß rum. Wusstest du, dass die Zahlen 1 bis 9 erst im Mittelalter in Europa bekannt wurden? Sie stammten aus dem arabischen Kulturraum und lösten in Europa das starre Zahlensystem der Römer ab. Also römisch 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Die Römer addierten 1 auf 1 und setzten ihre Zahlenreihen dann im Fünfer- oder Dezimalsystem fort. Höhere Mathematik ließ das System nicht zu. Krass. Wegen das Römische Reich auch keine großen Die Arabs, hä? Ja, das ist doch auch Arabisch. Ja, stimmt. Krass, Digga. Ja, Mann. Mathematiker oder Naturwissenschaftler hervorbrachte. Es war der Kaufmannssohn Leonardo Fibonacci, der die arabischen Zahlen Oh shit, Fibonacci ist krass. Europa einführte. Sein Standardwerk, Lieber Abadji, gilt bis heute als ein Meisterwerk der Mathematik. 1 bis 9 beschrieben eine ganz neue Welt. Die Zahlen brachten Fluss in den Zahlungsverkehr und bescherten der Kunst und Wissenschaft eine neue Blüte. Doch wie kann es sein, dass Zahlen so etwas vermögen? Nun, in der Welt der Mystik sind Zahlen nicht etwas Isoliertes, sondern Teil der Matrix, Teil des göttlichen Netzes der Schöpfung. Da haben jetzt ein paar Leute reingeschrieben, hör mir auf mit Formeln, ich bin not internet shit und so. Ich sag dir ehrlich, wenn du Mathematik richtig verstehst und die Zusammenhänge verstehst und wo das herkommt und was das bedeutet und wie heftig Mathematik eigentlich ist, dann wirst du auch Gefallen daran finden. Es ist immer eine Sache der Perspektive und ich habe halt einen mega geilen Mathematiklehrer gehabt und später auch einen heftigen Mathe-Professor, der halt wirklich tief in der Materie war und uns so den Ursprung von Mathematik und so auch erklärt hat und warum gewisse Sachen gemacht werden. In der heutigen Schule oder die meisten Lehrer sind so, dass sie dir einfach die Formeln beibringen, die dir hinklatschen und sagen, du musst es jetzt einfach lernen. Aber wenn du den Ursprung davon verstanden hast, dann kriegst du eine ganz andere Verbindung mit dem Fach und mit der Mathematik und dann hast du auch Spaß daran und daran liegt es eigentlich. Wenn du Spaß an etwas entwickelst, dann wirst du darin auch gut werden. Jede Zahl hat eine bestimmte Schwingung und drückt eine Energie oder eine Kraft jenseits aller Form oder Materie aus. Klingelt es bei dir schon? Genau. Hier sind wir an der Grenze, die nach dem deutschen Physiker Heisenberg benannt wurde. Dort, wo unsere auf Materie und mit ihrer verbundenen Kräfte fixierten Messmethoden versagen und wo die Welt der reinen Schwingung und nicht ausgeformten Informationen beginnt. Vortex Math Marco Rodin fand den Beweis Der US-Amerikaner Marco Rodin entwickelte ein dynamisches System der Mathematik, das er als Vortex Math bezeichnet. Noch nie gehört. Die Basis dieser Mathematik ist die einstellige Quersumme, die auch als Digital Root bezeichnet wird. Aus der Zahl 48.572 wird 4 plus 8 plus 5 plus 7 plus 2 gleich 26 gleich 2 plus 6 gleich 8. Das nächste... Ah, Digital Root ist immer das Ergebnis. Der liegende Prinzip ist die Verdopplung durch Halbierung, wie sie bei der Zellteilung überall entlebt. Das haben wir uns schon mal reingezogen. Darum ging es auch bei dem einen Video über Tesla, was wir uns letztes Mal reingezogen haben, wo eigentlich gar nicht geredet wurde, sondern immer so Texte eingebettet wurden. Wer kann sich erinnern? In Organismen zu finden ist, die Zahlenreihe des Binär- oder Dual-Systems entspricht 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 und so weiter. Die Quersummen der einzelnen Zahlen sehen so aus. 1 gleich 1, 2 gleich 2, 4 gleich 4, 8 gleich 8, 16 gleich 1 plus 6, gleich 7, 32 gleich 3 plus 2, gleich 5, 64 gleich 6 plus 4, gleich 10, gleich 1 plus 0, gleich 1, 128, gleich 1 plus 2, plus 8, gleich 11, gleich 1 plus 1, gleich 2, 206. Ich küsse dein Herz, willst du es jetzt komplett bis zum Ende machen? 50 gleich 2 plus 5, plus 6, gleich 13, gleich 1 plus 3, gleich 4. Und daraus ergibt sich eine immer wiederkehrende Zahlenfolge, nämlich... Achso, ja. ...2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4... Nur 3, 6, 9 fehlen. So weiter. Fällt dir etwas auf? Genau. Die 3, 6, 9 fehlen in dieser Zahlenfolge. Und das hat Rodin zufolge einen einfachen Grund. Diese 3 Zahlen stammen eigentlich aus einer anderen, höheren Dimension, die allen anderen, insbesondere der Welt der materiellen Erscheinungen, ihre göttliche Dynamik verleihen. Das ist krass. Diese besondere Bedeutung des 9er-Systems findet sich, wenn man das Zahlenspiel noch ein bisschen weiter treibt. Addierst du die einzelnen Ziffern der Folge 1, 2, 4, 8, 7, 5, ergibt sich nämlich 9. In magischen Zirkeln, bei Universalgelehrten und in bestimmten Geheimlogen galt die 9 schon immer als die Zahl Gottes. Gott ist in diesen Weltbildern natürlich kein alter Mann mit Bart, der auf einem himmlischen Thron sitzt und über das Schicksal der Menschen bestimmt. Gott ist eine Kraft, eine Intelligenz, die Blumen zum Wachsen bringt, Sterne entstehen... Machen wir mal eine kleine Umfrage im Chat jetzt, das würde mich mal wirklich interessieren. Wie seht ihr Gott jetzt persönlich mal so? Weißt du, wie ich meine? Sagt ihr, das ist ein Mann mit Bart, der irgendwie im Himmel sitzt und alles kontrolliert? Oder sagt ihr, keine Ahnung, dass es so... Dass es eine Art von Energieform ist mehr. Weißt du, wie ich meine? So. Also so, dass Gott sich überall widerspiegelt, weißt du? Und nicht... getrennt von uns ist quasi so. Und überall in der Natur und im Kosmos zu... Fibonacci-Zahlen und Solfeggio-Frequenzen. Oh shit, Solfeggio. Solfeggio ist geil. Zieh ich mir oft beim Yoga machen rein. Auch noch andere elementare Zahlensysteme gibt, zeigen die Fibonacci-Zahlen. Den italienischen Schöpfer der neuzeitlichen abendländischen Mathematik haben wir bereits kurz erwähnt. Fibonacci studierte alle zu seiner Zeit rund um das Mittelmeer und in Arabien bekannten Zahlen und Mathematiksysteme. Bei seinen Zahlenspielen kam er auf diese bedeutsame Folge. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Die Zahlen ergeben geometrisch dargestellt die Fibonacci-Schnecke. Diese gibt den goldenen Schnitt wieder. Eine Proportion, die hervorgeht, wenn das Verhältnis zweier Zahlen oder Längen so aufgeteilt wird, dass das Verhältnis der Gesamtstrecke zur größeren Strecke gleich dem Verhältnis der größeren zur kleineren Strecke... Das ist halt oft in der Natur auch auf, ne? Verdächtig oft. ...klingt kompliziert, ist aber ganz einfach. Zunächst fanden Forscher der Gegenwart den goldenen Schnitt überall in der Kunst, in der Architektur und... Das war ne Moschee, oder? Zunächst fanden Forscher der Gegenwart den goldenen Schnitt überall in der Kunst, in der Architektur und sogar in der Musik. Doch dann gingen die Entdeckungen noch weiter und Biologen fanden heraus, dass sich der goldene Schnitt überall in der Natur befindet. Blätter an Bäumen folgen diesen Proportionen, Landschaftsstrukturen und sogar dein und mein Körper sind in etwa in den Proportionen des goldenen Schnitts aufgebaut. In Blüten, in Früchten und Wasserwirbeln finden sich die Spiralmuster, die den Fibonacci-Zahlen folgen. Auf Basis der harmonischen Zahlenlehren sind weiter etliche Frequenztabellen entstanden, die Schöpfungsmuster wiedergeben und sogar Heileigenschaften besitzen sollen. In der Phonophorese, der Heilkunst durch Töne und Schwingen... Auch an der Aktienbörse wird der Fibonacci-Index verwendet. Krass. ...werden die Solfagio-Frequenzen gerne eingesetzt. Ihren Ursprung haben die Frequenzen bei einem italienischen Mönch namens Guido von Arezzo. Der hat mathematische Muster und besondere Frequenzen in einem Stück namens Solmisation entdeckt. Krass. Krass. Italienischer Mönch. Basierend auf den in der Musik bedeutsamen Silben Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti hat er im 11. Jahrhundert die heute noch gebräuchlichen Frequenzen entwickelt. Und siehe da, hier begegnen uns die Gotteszahlen wieder. Andere Dimensionen, andere Mathematik. Halten wir also fest. Zahlen sind nicht nur Formen, die Werte wie einen Apfel, einen zweiten oder einen dritten ausdrücken. Sie sind kosmische Energie- und Informationsträger. Unser Mathematiksystem, das du in der Schule... Zahlen sind crazy. ...gibt nur einen winzigen Teil der möglichen Mathematik wieder. Neben unserer klassischen Mathematik... Ich glaube, wenn auch Mathematiklehrer das ein bisschen interessanter aufbauen würden und solche Geschichten ein bisschen mitbeibringen würden, damit man den Ursprung von Mathematik beziehungsweise auch sieht, wie heftig Mathematik ist, dann würden viel mehr Schüler auch Bock darauf haben, Mathe zu lernen. Ich glaube, wenn du das nicht verstanden hast, dann denkst du dir, was soll ich mit diesen Formeln und mit diesen Zahlen? Überall Mathematik, überall Mathematik. Bei der 1 plus 1 gleich 2 ergibt, können noch weitere Zahlenlogiken bestehen, die wir bisher nicht kennen. Einige davon könnten Zugänge zu anderen Dimensionen oder den bisher nicht bekannten Kräften des Universums liefern. Wenn Pipi Langstrumpf behauptet, 3 mal 3 sei 6, könnte sie in einer solchen Dimension der möglichen Unmöglichkeiten unterwegs sein. Jedenfalls können wir hier und heute nicht behaupten, dass es diese Welt der Mathematik nicht auch gibt, selbst wenn sie verrückt erscheint. Klären wir zum Abschluss die Frage, wieso ein Mann wie Tesla, der Zugang zur göttlichen Frequenz hatte, sein Leben lang pleite war und als armer sowie von der Gesellschaft ausgestoßener Mann starb. Ja, ich glaube, so geht es halt vielen Leuten, die genau da hinkommen, weißt du, die werden dann von der breiten Masse, vom Mainstream, von den Leuten, die, ja, von allen Normalen, sage ich mal, dann als verrückt angesehen. Aber wer definiert schon was Verrücktes so, weißt du? Ich glaube, wenn du einen Durchblick hast und wenn du viele Dinge verstehst, die in der Welt passieren, giltst du für die meisten Leute als verrückt. So, das heißt aber noch lange nicht, dass du verrückt bist, weil für denjenigen sind die anderen alle verrückt. Einige Zeitzeugen behaupteten, Tesla habe nicht mit Materie umgehen können und gönnte sich weder Sinnesfreuden noch Freizeit. Was er an Geldern bekam, steckte er sofort in Neu- Er gönnte sich weder Sinnesfreuden noch Freizeit. Ja, das hat wahrscheinlich auch einen Grund gehabt so. Projekte, wo er auftauchte, wurde er als sehr ernst und irgendwie unheimlich beschrieben. Also lasst uns bei all der Bedeutsamkeit, Mystik und Gottesdynamik die einfachen Freuden der Welt der materiellen Erscheinungen nicht vergessen. Apropos vergessen, vergesst nicht uns eure Meinung zu sagen. Was haltet ihr von Teslas Gottesverständnis und der Magie der Mathematik? Ich finde das sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Übermenschlich sind und ich glaube der Typ war heftig. Ich glaube daran und ich glaube auch, dass er einigen Dingen auf der Spur war, wie zum Beispiel freie Energie, sodass wir Menschen nicht mehr für Energie bezahlen müssen und das nicht mehr so genutzt wird auch, sondern dass jeder einfach Energie hat. So, weißt du wie ich meine? Stell dir das mal vor, wenn jemand kommt und bringt sowas auf den Markt und sagt, es gibt freie Energie für jeden, für jeden zugänglich so. Wie das unsere Welt verändert hätte und so. Und da glaube ich, da gibt es halt auch extrem viele Mächte, die keinen Bock darauf haben und dann dagegen gearbeitet haben, so weißt du. Deswegen Nikola Tesla auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte, meine lieben Freunde. Was sagt ihr zu Nikola Tesla? Wie seht ihr den so?